Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Feminismus. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es bitte mit euren Freunden. Ich würde mich einen Daumen hoch und über ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich gewünscht. Die Frauenbewegung hat bereits im 18. Jahrhundert begonnen. Es ging um das Bestreben, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen haben und gleichberechtigt sind. Ein edles Motiv. Diese Bestrebungen haben auch schon viele Erfolge vorzuweisen. Mädchen und Frauen sind mittlerweile berechtigt, Schulen zu besuchen und das Lesen und Schreiben zu lernen. Die erste Erklärung über die Rechte der Frau wurde 1791 verfasst. 1843 gab es bereits den ersten Interessenverband für Frauenrechte. Die Wertigkeit der Stimme bei Wahlen von Männern und Frauen ist gleich. Frauen sind seit 1918 wahlberechtigt. Im Grundgesetz wurde 1949 verankert, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Seit Ende der 60er Jahre ist es für Frauen erlaubt, Hosen zu tragen. Seit 1977 dürfen Frauen ohne Einwilligung ihres Ehemannes arbeiten gehen. Der sexuelle Missbrauch und Vergewaltigung ist auch in der Ehe seit 1997 eine Straftat und wird geahndet. Neben diesem Meilenstein gibt es noch viele Errungenschaften. Alle einzeln aufzulisten, würde den Rahmen dieses Videos jedoch übersteigen. Allerdings gibt es Bestrebungen, die über das Ziel hinausschießen und sogar alle guten Errungenschaften kaputt machen können. Die MeToo-Kampagne bagatellisiert den Mord durch Abtreibungen. Die Aussage, mein Bauch gehört mir, darf niemals dazu führen, dass einem Kind das Leben genommen oder verwehrt wird. Es gibt genug Möglichkeiten, eine Schwangerschaft vorzubeugen. Ein Video zum Thema Schwangerschaftskonflikte findest du oben unter dem i. Eine Abtreibung ist mit dem Recht auf Leben nicht vereinbar und tötet und verhindert ungeborenes Leben. Mit Gleichberechtigung kommen selbstverständlich auch Pflichten auf die Frau zu und eine Mitverantwortung zum Erhalt der Gesellschaft. Durch Abtreibungen werden jedes Jahr über 100.000 Kinder nicht geboren. Es wird versucht, im Namen der Gleichberechtigung durch Quotenregelungen und paritätische Gesetzgebungen der Frau Vorteile zu verschaffen. Jede dieser Regelungen und Gesetzgebungen gehen jedoch zum Nachteil der Männer und haben am Ende mit Gleichberechtigung nichts mehr zu tun. Ganz im Gegenteil. Quoten jedweder Art sind die Vollendung der Diskriminierung. Ein Video zum Thema Quoten findest du oben unter dem i. Die Diskriminierung der Frau geht jedoch weiter, diesmal durch Forderungen aus der Frauenbewegung. Wer in der sprachlichen Ausdrucksweise mitgemeint ist, ist sprachlich gleichberechtigt. Wer jedoch gesondert genannt werden will, spielt eine Extrawurst und setzt sich selber herab. Wenn man sich in Ansprachen an Männer und Frauen richtet, ist das okay. Die Endung in, nach irgendwelchen Bezeichnungen, stuft die Frau herab zum Anhängsel des Mannes. Die Gleichberechtigung wird hier negiert. Der Bäcker kann ein Mann und eine Frau sein. Die Bäckerin hingegen ist nur die Frau eines Bäckers. Durch die In-Endung wird der Stellenwert der Frau herabgesetzt. Die sogenannte geschlechtergerechte Sprache ist somit eher ein Hebel der Diskriminierung und steht den Bestrebungen der Gleichberechtigung entgegen. Ein Video zum Thema Gender findest du oben unter dem i. Ist die Gleichberechtigung somit schon vollständig vollzogen? Die Antwort ist nein. Es sind immer noch in gewissen Positionen weniger Frauen als Männer beschäftigt. Auch bekommen weniger vergleichsweise weniger Gehalt für gleiche Arbeit als Männer. Folgendermaßen am Ende auch weniger Rente. Erkunden wir mal die Gründe dafür. Wieso sind weniger Frauen in Führungspositionen? Eine Quote kann das Problem nicht lösen, weil es auf das Naturell der Frau zurückzuführen ist. Auch wenn es Ausnahmen gibt, sind Frauen weniger risikobereit als Männer. Das sieht man auch in der Bereitschaft einer Existenzgründung, sprich sich selbstständig zu machen. Frauen sind mehr auf der sozialen Ebene in ihrem Denken unterwegs. Sind auch eher geneigt, womit wir bei der ungleichen Bezahlung angekommen sind, den sozialen Zusammenhalt zu fördern. Der Gender Pay Gap wird als Böswilligkeit von Männern und Unternehmen dargestellt. Um dem entgegenzuwirken, will ich ein Beispiel vorbringen. Bei dem folgenden Beispiel bitte im Hinterkopf behalten, dass ein Unternehmer, der Personal einstellt, immer die Kosten im Blick hat. Kommen wir zu dem Beispiel. In einem Unternehmen sollen zwei Stellen besetzt werden. Eine von einem Mann und eine von einer Frau. Beide Positionen sind gleichwertig. Es bewerben sich, ein Mann und eine Frau, mit 100% die gleichen Qualifikationen. In den meisten Bewerbungsbögen, die man vor einem Gespräch vorgelegt bekommt, steht die Frage zu den Gehaltsvorstellungen. Im Beispiel handelt es sich um ein transparentes Unternehmen und der durchschnittliche Stundenlohn ist im Internet abrufbar. Sagen wir mal, er liegt bei 30 Euro die Stunde. Beide Bewerber rufen diese Information ab. Welche Gehaltsvorstellungen werden diese beiden Bewerber angeben? Ich behaupte, dass der Mann 45 bis 50 Euro fordern wird, um dann mit 40 Euro aus den Verhandlungen herauszugehen. Die Frau wird mit demselben Informationen 35 bis 40 Euro fordern und bekommt 35. Woran liegt das? Männer sind als Jäger auf Angriff programmiert und eher bereit, Risiken einzugehen. Eine weit überhöhte Gehaltsforderung birgt das Risiko, nicht genommen zu werden. Frauen hingegen sind auf den sozialen Zusammenhalt orientiert in ihrem Denken und eher vorsichtig, um sicherzustellen, dass die Stelle, dessen Einkommen den Lebensunterhalt der Familie sicherstellen soll, nicht gefährdet wird. Hätte die Frau im Beispiel wie der Mann die Forderung überspitzt, hätte sie dasselbe gehalten. Wer weniger fordert, bekommt auch weniger. Unternehmer zahlen niemals mehr als notwendig. Das Beispiel zeigt, dass der Gender Pay Gap selber durch niederbezahlte Frauen verursacht wurde. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.